Probieren, Mist, egal. Boah, sorry! Oh mein Gott! Wir müssen unten lang, wir müssen unten lang. Sefi drauf, ha? Das kennst du ja gar nicht, Ronjan, ne? Sefi, oder? Nee. Ich war ja sehr abgelenkt da durch die Formulierung, weißt du. Ja, ich hab mal Steffi eine Geburtstagskarte geschenkt in den Umschlag und hab auf dem Umschlag versehentlich Sefi draufgeschrieben anstatt Steffi. Das fanden wir alle urkomisch, ich aber auch, muss ich zugeben. Seitdem ist Steffi sogar in meinem Handy unter Sefi eingespeichert. Ich find das urkomisch, immer noch. Heimlich eine Basis. Können bestimmt von hinten kommen, ne? Ja, ich bin zu far. Ja, Leute. Natürlich, teleportieren sie sich. Sind sie natürlich alle hinten. All behind. Nee, keiner nicht. Einer nicht. Ronja! What are you doing? Ich weiß nicht, was was los ist. Keine Ahnung. Das ist die Sache, wenn ich mehr als einen Gegner sehe, dann machen meine Augen Spagat und dann schieße ich einfach in die Mitte, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich weiß nicht, wenn ich den Zweig als erstes habe. Oh, hinten dran mit Spectra. Da war noch eine Bulle drinne. Oh, scheiße. Nein! Scheiße! 55 trotzdem. Latsch, sie läuft tatsächlich hinten rum. So, jetzt bin ich wieder da. Hat die gerade rausgekommen? Nee, die hat gerade angerufen. Was machst du? Geht nicht zum Zahnarzt, aber die geht noch kurz in die Akkaden und dann... Oh, B probieren. Haben wir übrigens gelegt auf B. Auf A auch. Also, wir hatten... Oh, Viper ist raus. Oh, Zoll. Ah, wieder da, sehr gut. Na, Mitte probieren, mir ist egal. Sorry! Oh mein Gott! Wir müssen unten lang, wir müssen unten lang. Window. Ah, Mensch, es kommt aber auch keiner nach, ne? Irgendwie, alle schleichen sie mal in der Mitte rum. Ja, man hat alleine, wir zwei, ne? Ich war schon direkt auf dem Spot. One enemy remaining. Last, ne? Wegen Luft. Ich hab vier Kills geholt, der Boy. Hast du nicht. Schafft er nicht. Boah, Alter, das ist aber so teuer. Okay, ich muss weniger mit der Knarre von dem Schießen, ey. Ja gut, wenn du die Knarre voll machst, nimmst du dir halt keine andere Waffe. Ja, ich brauche meistens mit, ne? Sorry. Was meinst du? Ja, okay, dann geh ich jetzt wieder auf den Revolver. Ich bin jetzt komplett vollgekauft. Einer von uns verreckt eh und dann kannst du die Waffe looten. Okay. No. Bitte vorgehen. Ja, obf! Bitte vor, bitte vor. Freiwillige vor! Du kannst auch sterben, dann brauchst du auch keinen mehr, weißt du? Natürlich so auch sehen, ne? Ich hab hinten Dinger gesetzt. Zum Upsafen. Okay, gut, die ist tot. Waffe bitte. Ja, ich hab natürlich direkt einen Header. Super, weil der auf mich nicht mehr gezogen hat. Ja, schön. Bei Parting gekillt. Hinter euch. Behind, behind, behind. Nein. Heaven. Glück. Glück war ich in der Sekunde auf der Dingens drauf. Ja, schön. Das war sehr schön gerade. Schieß, Heaven. Wo? Left, left, Heaven. Zip lines. Oh, woher wusste er das, dass die da steht? Er hat ja wirklich Instant dahin geglotzt. Ja. Und ich treff die halt nicht, ne? Weil ich wieder eine kack Wendel habe. Komm, ist dir ja gerade nicht klar, ey. Ich kenne sie, bevor sie uns töten. Ich kenne sie, bevor ich uns töte. Ich kenne sie, bevor ich uns töte. Ich kenne sie. Hm, 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 hm. Okay. Und wieder? Quick speed, quick trigger. I'm out of here. Here we go! Okay, Finger Lady geht vor. Direkt mitgehen, direkt mitgehen. Go, 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 go. Okay, das war sch... Get out of my way! Ah, hinzum, behind, behind, behind. Da ist er geschossen. Evan, Evan. Evan ist dead. Ah! Siehst du wat? Der ist dran, ne? Ah, toll. Ich frage mich, ganz ehrlich gerade, ich habe das nicht verstanden, wieso ich mich teleportieren konnte. Ich, also... Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben sie kaputt gemacht. Nein, ich habe sie ja gerade gestellt, als, 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 äh, preparing habe ich das ja. Ich weiß nicht, ich muss mit dem Chairman auch warm werden, deswegen wollte ich ihn eigentlich auch nicht spielen, aber gehen wir schon hin. Weg! Erweck! Erraise das A, ne? Hm, also, jetzt habe ich es selbst gemacht. Reise on A, äh, Reise on D Ah, Mann Da ist so langsam gespielt, ne Du bist da in der Falle Also wenn, dann rennen wir durch oder lassen es sein Weil wenn die da durch pushen, dann ist es vorbei Die wirft immer am Anfang ihren Robo Geht raus Geht raus Geht raus Hinter uns tot. Bin tot, bin tot. From behind. Zieht die direkt rum, ja. Unglaublich. Wir kommen immer drauf, aber der Afterplant ist immer scheiße von uns. Kann's nicht geben, ja. Ein Gift. Ich hab noch keinen einzigen Kill. Oh. Heaven. Hilfe. Zwei von da hinten. Ich war hinten. Von heaven. Einer. Minimum. Kann ich jetzt in zwei Sekunden noch mal heilen? Was? Wir kämpfen wieder. Go, go, go! Was ist denn Spugs drin? Hm, ich hab ihn dir gegeben. Okay. Guck, hinten. Hinter uns. Tot. Kannst du mich vielleicht mal gleich heilen? Geh gleich nochmal heaven. Ah, behind, behind. Rainer. Rainer, mein ist 40. Pass auf, die kommen dir in den Brücken, ne? Sibis. War im Brigade, nein. War im Brigade, nein. Rainer ist down. Nice. Nice. So, wir sind fertig. Ja, es waren alle. Okay, first focus. You died. Great place the first. I'm out of here. Nummer, Nummer, Nummer C, Nummer A oder mal B? Ja, ich würde sagen, A, normal. That works. Ich seh'n nichts. Niemand Heaven, niemand auf dem, niemand auf dem, ich bin doch da, war jetzt jemand. Hinter uns. Hinter uns. Oh, Kanker. Wo steht der denn? Nein! Die gibt mir nur einen Tepper, das gibt's nicht. Von wo? Oben, Heaven war die. Nicht, nicht bei uns, bei denen, Heaven. Ja, hab da, sehr gut. Oben liegt noch ein Operator, falls du hinkommen sollst, glaube ich aber nicht. Da oben? Da, ne, die lag sogar noch da unten. Da. Ja, nice, sehr gut. Sehr schön. Willst du es haben? Ah, du kaufst ja bestimmt eh selber, ne? White Pad 9000. Was machen Sachen? Machen Sachen. Machen wir mal, na? Wie lange es funktioniert? Ja. Ja, das ist ein guter Spot. Pass mal auf. Wie ich diesmal. Naja, ist zu gart. Nein, scheiße, jetzt schaffe ich es nicht rechtzeitig. Ja. 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 Geht das? Es geht ja sogar. Komm, über mir, hinter mir. Nice. Ich bin am Preparen. Gut, dass der auf, äh, Dingens ist. Auf B. Ich glaube, die ist da noch in der Ecke. Aber... Warum kann ich mich hier nicht teleportieren? Verstehe ich nicht. Bin doch da in der Reichweite. Verstehe ich nicht. Ich, kapiere ich echt nicht. Da liegt eine Waffe in der Wendel. Ja. Anna, schon genommen. Von wo nach wo willst du dich denn teleportieren? Ich will mich von unten nach oben teleportieren. Ich hab, ich hab eins... Pass auf, ich zeig dir das nachher mal. Ich zeig dir das nachher mal ganz kurz. Ja, mach doch einfach jetzt. Ich hab eins hier hingestellt und eins hab ich da vorne links reingestellt und das funktionierte nicht. Da war die Rainer. Rechte Seite, rechte Seite. Super. Sofort 160, ey. Supergeil. Okay. Erdn ist zu sehr, zu sehr, glaube ich, ausgereizt. Ausgereizt, ja. Aber ist okay. Fünf Runden sind auf Icebox okay. Ich mach direkt zu hier, ne. Das ist ja Blödsinn. Da stelle ich meinen Alarm scheiße. Lange ich netto umkomme. Der dicke, yo. Okay. Kannst du mich heilen? Der war ja illegal, ey. Hier drüber. Die rotiert, die rotiert, die rotiert. Die ist rüber gelaufen. Ne, die ist, die schießt noch. Ich glaube, sie rotiert jetzt wirklich. Ohne Witz. Ich geh mal rüber. Ich habe jetzt vier Waffen aufgehoben und alle mal nachgeladen. Ich glaube, die rotiert. Ja, Ronja geht hinterher. Wir gehen mit. Wir sagen, die Planted, mach deine Dinger an. Ja. Nicht pieken. Die legt noch nicht. Hä? Ist die tatsächlich auf B? Ey, die hat... Die ist durch die Mitte gegangen. Wir sind doch durch die Mitte gegangen. Kann nicht, kann nicht sein. Wir sind durch die Mitte gegangen. Achso. Boah, die ist Kitchen, Kitchen. Ah, die Fotze, ey. Die hat oben geplantet, 100%. Ich mach zu, Kitchen. Ist tot, ist tot. Ganz. Die Dreckzau hat da oben geplantet, ey. Äh, oben gewartet. Aber gut, ist ja gut. Wir haben ja gewonnen. Ich bin halt der Baiter gewesen. Alles gut. Und... Später da. Ich bin halt. Meine Power wird nicht enden. Ask for aid, and you shall receive. I'm out of here. You shall receive. Vielleicht sollte einer mit Bärü. Ich geh mal in die Mitte. Okay, die machen das. Alles klar. Und ich mach Kitchen, mein Alarm-Botter. Ja. Mach sie direkt zu, oder so? Ich mach... Ja, den großen Eingang mach ich aber nur zu. Ja, ich setz daneben direkt so ein Ding. Also, wenn ich sie jetzt höre. Wir sind, äh, auf B unterwegs. B-Side, B-Side mit. Kitchen, ne? Hm. Onsport. Lenden. Down. Letzte, keine Ahnung wo. Keine Infos. Ist der eine Töne nicht gerade angegangen? Der Spike liegt ja da, ist ja egal. Ah, Mitte, Mitte. Da wo Dingens gucken. Ja. Okay, ist tot. Alles gut, ist tot. Ich stand hier und konnte die ganze Zeit abschießen. Die checken das, was man da durchgucken kann. Das ist halt asozial, ne? Ja, ja. Das ist halt echt assi. Das ist halt... Das ist fertig. erstmal von behind gehen nicht dass die votieren wollen ich gehe hier durch sie war auch da drinnen gehen aber konstant b aber mir egal das ist ja gerade gejingst das ist dir klar deswegen hat sie das gemacht da ist klar wo ist der gestorben der boy von uns ich weiß es nicht gehen wir rüber b ja sie hat ihn auch noch ja b b geplantet nicht vorbeilaufen gibt die mir ein weiter Ey, die läuft von links nach rechts. Alter, das kann doch manchmal echt nicht wahr sein. Ohne Witz, ey. Ey, das hättet ihr grad mal sehen sollen, Leute. Echt, das hättet ihr echt mal sehen sollen. Pff, hammerhart, ey. Da fühl ich mich verarscht, ey. Da fühl ich mich echt verarscht, ey. Nein, Katze da. Mensch. Nicht Katze hier, Katze da. Haben wir Sachen für geholt. Dafür Katze diegen. Nix für hier. Katze da. Geht so beleidigt. Oh ja. Kannste ihr etwas sagen? Nicht machen da. Ja, die treibt jetzt Heaven. Treibt jetzt zu uns, ne? Ja, 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 ja. Heaven, Heaven, Heaven. Ich steh da an der Ecke. Ja, ich weiß, da. Schießt. Schießt an A. On ping, on ping. Okay, doch. Okay. Ah, ich rülfe. Oh, ich hab legit nichts getroffen. Bleibst du da? Ich denke, die votiert. Ja, ist sie tatsächlich. Schöner Finisher. Schöner Finisher, danke. Ich finde das immer so geil, wenn einer wiederbelebt wird. Du wartst einfach, bis er sichtbar wird und dann ballerst ihn einfach weg. Einfach voll in die Fresse. Ja, ziemlich herrse ich schon, oder? Wer ist denn Breach? Weiß ich nicht. Ich meinte auch mich. Breach, what skin is that cool finisher? Meint mich. Gemma meint die. Das ist natürlich sehr geil, ne? Jetzt keine über sich. Ich hab da jemand is. Ja, ja, die sind hier. Okay. Ja. Einer, einer war B. Einer war B. Planted me. Ich geh lang. Geh du über Kitchen oder links, Sven. Ich geh über lang. In Operator. Oh, lol. LOL! Ach, das gibt's doch nicht! Die war rechts von dir. Da war nur einer. Ja, ja. Hinter dir. Die kommt! Ich bin bei sowas immer tot, Ronja. Ja, sie doch auch. 96. 96 hast du ja noch gedrückt. Ja. Schade, Renate. Warte mal. Warte mal, ich verkaufe. Hallo? Also, vielleicht baust du, wenn wir jetzt nochmal verlieren sollten, auf B auf. Weil die sind ja noch keinmal hier durch gewesen. Ja, die sind schon wieder B. Ja, die wissen, dass du dein Zeug hier halt stehen hast, ne? Alle! Ja. Könnten sie aber auf B kommen. Ne, die sind immer, ja, die sind immer noch auf B. Ach, auf A, B, meine Frau. Auf B war schon richtig. Blenden auf B. Ja. Reloaded. Coming through! Bauen wir jetzt hier nicht weg, ne? Einer ist oben links! Oh, Mann! Das gilt aber auch immer, dass man da steht, wo man sich einfach nicht erwartet, ey. Wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Wir kotzen, die Alte. Sehr gut. Die eine habe ich auch durch die, durch die Wand weggehauen. Bau mal auf B, I'll go B. Nein, du da nicht. Du bleibst hier. Ja. Ich hab das schon B gesagt. Na, dann geh du B. Du kannst mit... Ronja soll B aufbauen, damit du A bleibst, weil du die Gefahr mit der Orb bist. Darum kommen die ja nicht A, weil du mit der Orb auf A gehst. Ja, dann bleib du Mitte, dann bleib du Mitte jetzt. Weil keiner ist Mitte sonst. Das Einzige, was getauscht werden sollte, war Ronja baut einfach nur da auf. Die gehen, äh, Kitchin. Oh, ja. Das war's auch schon. Minus 105, Sage. Die sind Mitte durch. Natürlich. Oh, nice. Das sind die zwei Dingens. Die haben A geplantet. Ah, sicher? Ja. Guckst du bitte lang? Ah, von rechts. Weiß. Zit, ziti. Achso, wir haben ja schon. Ja. Okay, no, no, no. Ich kann dir noch eine Orb kaufen, wenn du eine willst. Achso, was ist denn? Ich hab noch, ich hab überlebt. Ich hab die Irena erschossen. So, das heißt... Du baust auf B auf, CW bleibt hier. Alles so wie gewollt. Du solltest nur nach B gehen. Weil die kommen ja nicht hier hin, weil die wissen, dass der die mit der Orb wegholt. Sind die ja das erste Mal hier durchgekommen? Weil die auch ja nicht obar waren. Wieder Mitte zu B? Woll hier einfach zu und geh schon mal. Hm. Ja, ja. Yellow. One Yellow. Get out of my way! Oh, One Tap von hinter Yellow. Das gibt's doch nicht. Fuck. Rechts, äh, hinter Yellow. Was ist denn... Keiner ist von uns dort. Oh no. Nice. Nice. GG. Good job, GG. GG. Ist doch immer aufgefallen, dass von Link keiner den Maul aufgekriegt hat. Nö. Ehrlich gesagt hat es sich genauso lapidar angefühlt wie das Normal vorher. Geht so. Oder hattet ihr so richtiges competitive Feeling? Äh, ich hab eher mich auseinandersetzen müssen mit Jambo, um ehrlich zu sein. Siehst du, hat doch gut funktioniert, oder nicht? Halb so gut. Halb so gut. Nee, ich stelle sehr hohe Anforderungen an mich. Ah, die waren sogar unranked. пот ja Binge auficarmen. Nö. Oder hattet ihr? Ja. Nein, ich gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Wir kauen sie mit ins Bereich bekkerei this whole offended. Und Annie vieleaud kr����'T爱 uns. Sicher wird das, was blah, crisis zbrush.